Besser kann man für seinen neuen Arbeitgeber nicht starten. Dominik Baumann, der neue HFC-Stürmer, und sein Premieren-Tor nach 2 Minuten. Dafür hatte er auch einen guten Grund. Sein kleiner Sohn Milan. Er hat zu Hause zugeguckt. Vor dem Fernseher musste er ins Bett. Ich freue mich, dass er es noch erleben konnte so früh. Dass der HFC so früh seine Fans so glücklich macht, liegt auch daran, dass Essen so früh patzt. Edeltechniker Eisfeld mit der schlechten Ballannahme. Halle ist sofort da. Und er zwingt das Tor. Wir wussten natürlich, dass Essen eine spielstarke Mannschaft ist. Die ist sehr viel riskiert. Da muss man auf seine Chance lauern. Das war schon ein Moment, wo wir als Mannschaft entschieden haben. Jetzt pressen wir. Perfekt umgesetzt von den Jungs. Ja, da gehört auch Glück. Die Nächsten dazu. Als Stürmer stehst du dann richtig. Dann musst du da sein. Ich bin froh, dass er dann reingegangen ist. Es entwickelt sich eine rasante Partie. Essen letzte Saison nur haarscharf. Am Abstieg vorbeigeschrammt. Lässt sich vom Gegentreffer nicht runterziehen. Müsel zwingt Müller zu einer tollen Parade. Sven Müller, der Rückkehrer. Letzte Saison bei Dynamo Dresden. Nur die Nummer 3. In Halle sofort wieder die Nummer 1. Der HFC gestern mit fünf Neuzugängen in der Startelf. Und mit feinen Kombinationen. Kreuzer auf Merez Genderovic. Das kann er deutlich besser. Der Neuzugang von 1860 München. 22. Minute. Baumann. Dann Sapina. Und sofort ist Halle da. Berko. Erich. Berko. Berko macht vieles richtig. Die Schussbahn immer blockiert. Er muss den Haken schlagen. Am Ende einfach stark geklärt von Essens Schlussbahn-Golz. Nach einer knappen halben Stunde muss Halle zweimal verletzungsbedingt wechseln. Außenverteidiger Hug und Offensivmann Skenderovic verlassen den Platz. Die Jungspunde Haarlang und Crossed Wade kommen. Und der HFC verliert in der Folge mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. 37. Minute. Freistoß. Thomas Eisfeld. Essen ganz nah dran am Ausgleich. Zwei Minuten später. Die erste und zugleich letzte Ecke des HFC gestern Abend. Niklas Kreuzer. Serviert. Genau für Baumgart. Tom Baumgart. Auch ein Neuzugang kam von Aue mit dem 2 zu 0. Der HFC in der letzten Saison offensiv so harmlos nach Ecken zeigt hier eine perfekte Variante. Wir haben die Woche so viel geübt. Ich glaube, heute muss es passieren. Wir wussten natürlich, welche Räume wir bespielen wollen. Gerade am langen Pfosten weg von Felix Bastians, von Dumboja. Nicht in diese Räume spielen. Hat perfekt funktioniert. Auch weil Niedfeld und Dennis zum ersten Pfosten stürmen, ihre Gegenspieler mitziehen, so hat Baumgart am zweiten Pfosten mehr Platz zum Köpfen. Der Ball vom Kreuz kommt super. Ich muss das nur in den Kopf hinhalten und das Ding platzieren. In Halbzeit zwei, Halle vor allem mit Abwehrarbeit beschäftigt, lässt sich von Essen hinten reindrücken. Und so fällt folgerichtig der Anschluss in Minute 69 durch. Young! Der US-Boy, geboren in Berlin, New Jersey, leitet mit seinem schönen Treffer eine wilde Schlussphase ein. Das Tor klasse herausgespielt. Der HFC kommt in keinen Zweikampf. Das darf uns definitiv nicht noch mal so passieren. Gerade speziell zweite Halbzeit, dass wir dann kaum noch Entlastung geschaffen haben. Essen ist von einem Angriff in den nächsten gerollt. Wir haben kaum noch geschafft, Kontrolle zu bekommen. Essen mit Dauerdruck scheitert entweder an sich selbst oder am starken Sven Müller. Halle zittert sich in die Nachspielzeit. Essen will mit aller Wucht den Ausgleich. Felix Bastian, der Abwehrboss mit aufgerückt, die Riesenmöglichkeit. Vereizelt durch die Grätsche des Abends. Lukas Haalang verhindert mit der Zehenspitze den möglichen Einschlag. So gewinnt der HFC sein Auftaktspiel. Der Saisonstart ist geglückt. Riesenkompliment an die Jungs, die haben das bis zum Schluss teilweise am Limit auch vom Kopf her und von den Beinen. Das ist so beim ersten Spiel, wir sind jetzt einfach froh, dass wir durch sind. Wir nehmen die Euphorie mit, wir nehmen die positive Stimmung mit, die gerade herrscht. Aber nichtsdestotrotz ist uns auch bewusst, dass es vor allem fußballerisch besser geht. Kommenden Samstag wartet dann der nächste Höhepunkt. Das DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Fürth Anstoß ebenfalls am Abend. Ein erneut früher Treffer von Dominik Baumann würde Sonemann Milan ganz sicher wieder freuen.